Was sind das für Kapitalmärkte? Die Zinsen sind faktisch abgeschafft und die Europäische Zentralbank kauft sogar Unternehmensanleihen und verzerrt damit natürlich die Märkte. Darunter leiden selbstverständlich auch die Stiftungen und genau darüber wollen wir heute sprechen mit Vermögensverwalter Peter Schneider, Vorstand der Schneiderwalter und Kollegen Vermögensverwaltung. Danke, dass wir einmal mehr hier sein dürfen in ihren Räumlichkeiten. Sie sind seit vielen Jahren Stiftungspartner im Bundesverband deutscher Stiftung und waren jüngst auch Gast auf dem Deutschen Stiftungstag in Osnabrück. Herr Schneider, mit welchen Eindrücken sind Sie von dort wieder hierher in Ihr Büro zurückgekehrt? Also in Deutschland gibt es mittlerweile über 20.000 Stiftungen und ich finde das immer völlig inspirierend und auch motivierend, so viele Menschen dort zu treffen, die mit sozialem Engagement unterwegs sind und ob sie schauen, Förderungen für Umweltstiftungen, für Friedensforschung, Kinder- und Jugendarbeit in der ganzen breiten Palette und meine persönliche Meinung ist, dass sowieso Kinder und Jugendliche die wichtigste Ressource für unsere Gesellschaft sind und insofern war es nicht verwunderlich, dass auch eine Stiftung namens Better Place for Children den Deutschen Stifterpreis gewann. Aber neben diesen schönen inspirierenden und motivierenden Dingen gibt es natürlich auch immer den sogenannten Wermutstropfen, dass eben auf der Kapitalanlageseite viele oder vielleicht auch alle eben klagen, die Zinsen werden so niedrig. Das ist natürlich ein Fakt, der ist schon eine ganze Weile im Markt. Machen wir es denn auch gleich mal konkret, Herr Schneider, wie reagieren Sie als Vermögensverwalter auf die aktuell äußerst schwierige Lage, also auf die Negativzinsen auf der einen Seite und den Bedarf an Erträgen von Stiftungsseite auf der anderen Seite? Da muss man sich noch mal kurz in die Lage versetzen, wir wären jetzt eine Stiftung, hätten eine Million Kapital, sind gewohnt für vier Prozent früher ganz toll unseren Stiftungszweck umsetzen zu können. Heute eben bei diesen mageren 1 Prozent, 1,5, das ist natürlich bitter. Meine Aufgabe sehe ich eben darin, das breite Spektrum der Finanzinstrumente so zu screenen, dass man wirklich auf verschiedenen Bereichen mehr Erträge erzielen kann. Und eins ist ganz wichtig bei den Stiftungen, es geht nicht darum, Performance zu erzielen. Stiftungen brauchen Ausschüttungen, sie brauchen einfach Ausschüttungserträge, die kommen aus Dividenden und Zinsen und da gilt es halt, die Konzepte zu überdenken und akribisch und sorgfältig neue Quellen aufzutun. Ein Instrument für den Kapitalerhalt könnte dabei auch Ihr Vermögensverwaltender Rentenfonds sein, der als Vier-Jahreszeiten-Portfolio konzipiert ist. Was hat es damit auf sich? Also wir wollen sozusagen eine Zielsetzung am Anfang des Jahres sagen, dass zu allen Jahreszeiten wir, ob bei Sonne, wenn es leicht ist oder wenn es kalt und frostig ist oder wenn es stürmisch ist, immer ein flexibles Portfolio zusammenstellen. Die Zielsetzung ist für uns, dass wir eben drei Prozent anpeilen jedes Jahr und zwar ausschüttungsfähige Erträge und damit letztendlich die Stiftungen in die Lage versetzen, relativ gut planbar Erträge auch später in ihren Stiftungszweck einfließen zu lassen. Das heißt also, die vier Jahreszeiten, es muss quasi bei Wind und Wetter sozusagen halten und es muss dann auch den angepeilten Ertrag bringen. Ließen sich denn in den vergangenen Jahren trotz der niedrigen Zinsen stiftungskonforme Renditen, so will ich es mal bezeichnen wollen, erzielen? Ja, stiftungskonform ist ja auch nochmal der Hinweis, dass eben wie gesagt Kapitalerhalt ist das eine, was die Stiftung erreichen muss und die Ausschüttung, mit denen sie überhaupt ihre Arbeit tun kann. Wir sind ganz froh darüber, dass wir die letzten drei Jahre immer eben unsere angepeilten drei Prozent ausschütten konnten, wirklich ausschütten konnten und das Konstrukt dazu ist natürlich nicht ganz einfach nachvollziehbar. Das ist eben etwas anderes als die Performance und in dem Bereich ist es halt wichtig, dass man dort die Stiftungsbesonderheiten kennt, dass man auch mit den Stiftungen spricht, was sind ihre Bedürfnisse im Laufe des Jahres und insofern, wie gesagt, sind wir ganz froh, dass wir die Ausschüttung erreichen konnten und sogar auch dann noch ein Quäntchen sozusagen für später zurücklegen konnten in Form von Kursgewinnen. Worauf sollten denn Stiftungen ganz grundsätzlich bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensverwalters aus Ihrer Sicht achten? Also ich denke, Vermögensverwaltung muss heute unbedingt ein sehr breites Know-how von Finanzinstrumenten parat haben. Man sollte auch darauf achten, wie weit eben diese Besonderheiten für Stiftungsrecht und Satzungskenntnisse vorhanden sind und ob man nicht dann auch noch einen engagierten Vermögensverwalter nimmt, der auch vielleicht bei den Kosten einem entgegenkommt, sozusagen als Engagementbeitrag, um auch besonders attraktiv sein Angebot preisen zu können. Haben wir eine Menge gelernt in diesem Gespräch. Schlussendlich, wie lautet Ihr Fazit? Also wenn ich jetzt nochmal an Axel Weber, ehemals Bundesbankpräsident von jetzt eben gestern in der Zeitung denke, der sagt, dass die Zinsen weiter länger niedrig bleiben, länger als vielen lieb ist, bleibt für mich der Auftrag letztendlich akribisch und sorgfältig weiterzuarbeiten. Denn das Ganze kann man in fünf Worten zusammenfassen. Mehr Ertrag gleich mehr Stiftungszweck. Ein schönes Schlusswort für unser Interview. Danke, Peter Schneider, Vorstand der Schneiderwalter und Kollegen Vermögensverwaltung in Köln. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gern geschehen.